Herzlich willkommen zu einem neuen Thema in der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen und nicht nur einem neuen Thema, sondern auch einem ganz neuen Bereich. Denn wir haben uns jetzt sehr lange beschäftigt mit der Präsentation von Objekten am Bildschirm, also wie sehen die Objekte aus und wie sind sie angeordnet am Bildschirm und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zur Interaktion. Der Bereich Präsentation kann man sagen, da sind wir noch sehr passiv gewesen. Es kam zwar manchmal vor, dass wir natürlich im Hinterkopf hatten, dass es mit einer Objektumgebung zu tun hat, die sich verändern kann, aber im Großen und Ganzen hätte das, was wir da gesagt haben, auch für Informationsanzeigen gelten, die sich zwar ändern, bei denen wir aber nicht selber irgendwie Eingabe machen und auch keine Rückmeldungen darauf erwarten auf diese Eingaben. Das wird sich jetzt ändern. Es geht jetzt in den Bereich Interaktion und da zunächst einmal um den Bereich der Eingaben. Und der erste Teil, den wir nennen, haben hier, der heißt Eingabeminimalität. Schauen wir mal kurz auf die Forderungen, die da stehen. Was haben wir da? Wir haben die Eingabeminimalität und dann kommen noch eine ganze Reihe von weiteren Forderungen hinzu, nämlich Eingabepräzision, Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit. Es geht also auch jetzt, das merkt man den Forderungen schon an, immer darum, erzwungene Sequentialität zu vermeiden. Wir wollen was minimieren, wir wollen was schnell hinkriegen und das Ganze auch noch präzise und sicher. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir im Bereich der Eingabe eine Minimierung der erzwungenen Sequentialität erreicht. Man kann sich sich andersrum immer gut vorstellen. Ist die Eingabe nicht minimal? Naja, dann habe ich natürlich erzwungene Sequentialität. Kann ich die Eingabe nicht präzise machen? Dann habe ich erzwungene Sequentialität. Ist die Eingabe nicht schnell möglich, sondern nur langsam? Habe ich erzwungene Sequentialität? Und ist die Eingabe nicht sicher möglich? Da meine ich jetzt nicht Datensicherheit mit, sondern dass auch die Eingabe gemacht wird, die man auch intendiert. Also nicht etwas anderes passiert als das, was man intendiert hat. Naja, auch dann kommt es natürlich zu erzwungenen Sequentialitäten, denn dann muss man dagegen ja wieder anarbeiten. Beginnen wir mit der Eingabeminimalität in diesem Video und schauen uns zunächst mal die Definition an der Eingabeminimalität, die wir hier haben. Eingabeminimalität bedeutet, die Länge von Eingaben und die Anzahl der Handlungsschritte, die zur Erledigung einer Aufgabe nötig sind, zu minimieren. Das ist fast schon ein wenig tautologisch. Also die Definition von Eingabeminimalität ist, glaube ich, sehr, sehr einleuchtend. Das Wort an sich sagt das schon aus. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Und wir haben hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir Eingaben minimieren können, von Eingabennotwendigkeiten verringern. Damit fangen wir gleich an, über informationslose Eingaben vermeiden. Das ist etwas, wenn wir eine Eingabe machen müssen und dabei wird überhaupt nichts Neues gesagt. Das ist natürlich immer ein unnötiger Zusatzschritt. Die Wahrscheinlichkeit von Eingabenotwendigkeiten kann verringert werden. Die Anzahl der Eingabeoptionen kann eingeschränkt werden. Und das kann hilfreich sein, um die Eingabemenge zu verringern. Die Anschlusshandlungen können erleichtert werden. Das bedeutet, dass wenn ich an einer Stelle etwas tue und dann ja im Anschluss etwas anderes tun will, dann kann ich dafür sorgen, dass diese Anschlusshandlung nicht über ganz viele Schritte erreichbar ist nur, sondern direkt eigentlich an Ort und Stelle. Und letztendlich müssen wir uns um die interaktiven Potenziale nochmal kümmern. Die sind ja bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Wir hatten ja in den Grundlagen sowohl die Differenzerfahrung gehabt als auch die Architektur der Wahrnehmung. Und das kam alles im Bereich Präsentation intensiv vor. Aber die interaktiven Potenziale, also die Potenziale interaktiver Nutzungsschnittstellen, ja, die hatten wir eigentlich jetzt noch gar nicht so richtig wieder herangezogen. Das wird sich jetzt hier aber ändern am Ende dieses Themas Eingabeminimalität. Beginnen wir mit der Liste natürlich oben. Die Eingabenotwendigkeiten verringern. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe euch ein etwas konstruiertes, einfaches Beispiel. Wir denken uns eine Anwendung und der Zweck dieser Anwendung ist lediglich, zwei Zahlen zu addieren. Man muss also zwei Zahlen eingeben und die sollen dann addiert werden. Und wir stellen uns jetzt mal ein überhaupt nicht eingabeminimales Beispiel vor, wie man das lösen könnte. Wir haben zunächst einmal hier dieses Feld in der Anwendung. Da ist ein Button drauf, der heißt Addition beginnen. Auf den müssen wir klicken. Dann müssen wir die erste Zahl eingeben und müssen dann auf Fertig klicken. Dann werden wir aufgefordert, die zweite Zahl einzugeben. Müssen die eingeben und klicken dann wieder auf Fertig. Und dann kriegen wir angezeigt, das Ergebnis ist neun und können auf nochmal klicken. Hier haben wir mindestens fünf Arbeitsschritte, die notwendig sind. Nämlich Addition beginnen anklicken, Zahl eingeben, fertig klicken, Zahl eingeben, fertig klicken. Fünf. Das ist überhaupt nicht eingabeminimal. Das geht erheblich kürzer. Zum Beispiel so. Wir haben eine Maske und können hier beide Zahlen jeweils schon in Felder eingeben und müssen auch nie auf Fertig klicken. Denn sobald wir was ändern in einem der beiden Felder, wird gleich unten die Berechnung gestartet. So, wie viele Schritte sind jetzt notwendig? Anklicken eingeben, anderes Feld anklicken, eingeben. Drei sind notwendig. Anklicken muss es nicht sein. Man kann natürlich auch mit der Tabulator-Taste wechseln. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht so ganz das Wichtige. Also es geht auch mit drei Eingabeschritten. Die Frage ist, ginge das sogar vielleicht noch kürzer? Haben wir jetzt hier das Eingabeminimum erreicht oder nicht? Ja, es geht bestimmt noch kürzer. Dann kommt es aber darauf an, dass man unterscheidet, welche Art von Eingabe wie viel kostet. Dann müsste man sich richtige Kostenmaße überlegen, wie viel das zum Beispiel ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, gib mal beide Zahlen mit Komma getrennt ein, dann würde ich mal annehmen, ist das zumindest schneller, als wenn ich die Zahl eingeben muss, dann die Maus nehmen muss, dann das andere Feld anklicken und dann die Zahl eingeben. Die Anzahl der Schritte ist vielleicht identisch, aber die Eingabelänge beim Komma dürfte kürzer sein. Dafür hat das Komma natürlich andere Nachteile. Und wir wollen uns hier an dieser Stelle auch nicht so sehr darum kümmern, dass wir solche extremen Abwägungen hier machen und das so richtig ausrechnen. Da gibt es Ansätze für und Modelle. Aber das ist nicht unser Thema an dieser Stelle, sondern wir müssen sowieso etwas anerkennen. Und das ist das, was unten hier steht, nämlich, dass wir in realer Software, also in Software, die nicht so dumm ist wie hier diese, wo man nur zwei Zahlen addieren will, die also komplexer ist, sowieso nicht ein Minimum an Eingabenotwendigkeiten wird erreichen können. Denn das funktioniert gar nicht, denn verschiedene Leute verwenden das Programm mit verschiedenster Funktionalität für ganz verschiedenste Zwecke, mit ganz verschiedenen Vorlieben und Arbeitsweisen. Das heißt, wir kriegen das nicht hin, da die eine Eingabe-minimale Lösung für zu finden. Das kann nicht erreicht werden. Was man aber machen kann, ist, man kann Teilsequenzen identifizieren, in denen überflüssige Eingabeschritte notwendig sind. Und da haben wir ja gerade eben welche gesehen. Also immer wieder das Feld wechseln zu müssen, ist zum Beispiel ein stark überflüssiger Schritt. Und immer diese Buttons klicken zu müssen auch. Und vor allen Dingen auch die Berechnung an dieser Stelle explizit starten zu müssen. Das sind Dinge, da gibt es Techniken zu, wie inkrementelle Rückmeldungen zum Beispiel, die da sehr hilfreich sind. Inkrementelle Rückmeldung kriegen wir in einem späteren Video nochmal ausführlich. Nur kurz an dieser Stelle. Inkrementelle Rückmeldung bedeutet überhaupt und auch an dieser Stelle, dass die Rückmeldung schon dann gemacht wird, während die Eingabe noch durchgeführt wird. Das heißt, wenn ich die erste Zahl eingegeben habe und dann die zweite Zahl eingebe, dann kann ich halt immer schon währenddessen mal addieren und unten das Ergebnis anzeigen und spare mir dadurch in der Eingabe für den Benutzer die Notwendigkeit, dass ich nochmal einen Button drücken muss, um diese Berechnung hier zu machen. Das ist an dieser Stelle inkrementelle Rückmeldung. Da gibt es viele Beispiele zu, über die wir später auch nochmal natürlich beispielhaft, also in einzelnen Beispielen sprechen werden. Das ist Eingabenotwendigkeiten verringern. Das ist natürlich gar nicht so einfach und bedeutet eine sehr intensive Analyse. Es gibt aber Bereiche, wo das immer sehr einfach geht und da gehört der Punkt dazu, der als nächster kommt, nämlich informationslose Eingaben vermeiden. Und wir sehen hier eine informationslose Eingabe. Dieser Knopf, wo drauf steht Addition beginnen, der hat überhaupt keinen zusätzlichen Informationsgewinn. Ich kann eine Anwendung starten und die Anwendung kann direkt in einem Zustand sein, wo ich mit ihr interagieren kann. Warum sollte ich da nochmal sowas haben? Das spricht also gegen so Ideen wie Splash Screens, wo man also auf eine Art Willkommensbildschirm kommt. Und auf diesem Willkommensbildschirm kann man nichts anderes tun, als sagen, jetzt will ich aber wirklich anfangen. Das hat aus ergonomischer Sicht gar keinen Zweck und ist immer eine überflüssige Eingabe. Wenn das natürlich bei einer längerwierigen Software vielleicht irgendein Multimedia-Erlebnis am Anfang einmal ist und das ist dann ein zusätzlicher Klick, dann ist das in der Masse nicht so schlimm. Aber wenn sowas ständig vorkommt und wir müssen ständig diese informationslosen Eingaben machen, dann haben wir an dieser Stelle ein Problem und sollten das auf jeden Fall vermeiden. Es gibt natürlich weniger dumme Beispiele als dieses hier. Zum Beispiel dieses. Das ist sehr alt und der Screenshot ist uns irgendwann mal nur noch in niedriger Qualität erhalten geblieben. Deswegen bitte ich diese niedrige Qualität an dieser Stelle mal zu entschuldigen. Es ist nichts mit eurem Bildschirm kaputt, sondern der Screenshot ist tatsächlich so schlecht. Das ist aus einer Software, da geht es offensichtlich um Warenverwaltung und Verschicken und sowas. Solche Beispiele hatten wir ja schon öfter mal. Und dann guckt man in den unteren Bereich, der da so umrahmt ist. Naja, da wollen wir jetzt mal nicht mehr darauf eingehen. Das Thema hatten wir ja gerade erst. Stapeln hätte man hier können oder sollen. Da steht Warenbegleitschein. Man kann also einen Warenbegleitschein erzeugen lassen. Und auf der linken Seite kann man anwählen, ob man den drucken möchte oder nicht drucken möchte. Und wenn man ihn drucken möchte, dann ist auf der rechten Seite relevant, dass man sagt, ein Einzelschein, Einzelschein mit Prüftext oder ein Sammelschein. Was immer das jetzt ist, das kann uns mal völlig egal sein. Wo ist hier das Problem? Welches ist hier eine, sagen wir mal, informationslose Eingabe? Wir haben hier eine Optionsauswahl auf der rechten Seite. Und ob diese Optionsauswahl überhaupt relevant ist, entscheidet sich auf der linken Seite durch diesen einen zusätzlichen Haken. Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal ausrechne, ich möchte einen Sammelschein haben. Dann muss ich auf Drucken drücken und auf Sammelschein drücken. Ich muss also zwei Eingaben machen. Wenn ich nicht drucken möchte, muss ich in dieser Situation jetzt überhaupt gar keine Eingabe machen. Und wenn das schon zufällig ausgewählt ist, also wie hier Einzelschein mit Prüftext, was ich auch möchte, dann muss ich genau eine Eingabe machen, nämlich bei Drucken drücken. So, diese zusätzliche Optionsauswahl, die nur sagt, ob die andere Auswahl überhaupt relevant ist, die kann man in die Auswahl integrieren ohne Probleme und kann damit Eingaben sparen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Und hier haben wir auch eine gestapelte Ansicht. Was haben wir hier jetzt? Einzelschein drucken, Einzelschein mit Prüftricks drucken, Sammelschein drucken, nicht drucken. Aha, wenn ich jetzt nicht drucken möchte, muss ich nach wie vor keine Eingabe machen. Wenn ich einen Einzelschein mit Prüftext drucken will, muss ich nach wie vor eine Eingabe machen. Und wenn ich einen Sammelschein drucken will, muss ich auch nur eine Eingabe machen. Ich habe also hier Eingaben gespart, einen zusätzlichen Eingabeschritt gespart. Und das ist nicht nur ein Eingabeschritt, sondern man kann sich dazu noch gut überlegen, es ist auch ein mental anstrengender Schritt. Denn diese linke Variante ist viel komplizierter mit dieser Zwei-Ebenen-Frage, die ich da ja habe. Gut, jetzt könnt ihr wieder sagen, ach ja, da habt ihr ein uraltes Beispiel ausgegraben von einer Software, wo offensichtlich ein Softwareentwickler dran gesessen hat, der besser nie was damit zu tun gehabt hätte. Aber so einfach ist das nicht, denn diese reinen Optionsauswahlbestätigungen, die kommen auch jetzt häufig vor. Und zwar in ganz moderner Software, zum Beispiel in Microsoft Word. Hier die Mac-Variante, die Windows-Variante sieht genauso aus. Und ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt und bin auf alte Word-Versionen gestoßen. Also Word 6 zum Beispiel, eine der früheren Word-Versionen für Windows, noch für Windows 3.11, also von Mitte der 90er Jahre. Da sieht das genauso aus, also optisch nicht, aber inhaltlich steht genau das Gleiche da drauf. Was ist das hier? Diese Meldung, die gibt es, wenn man ein Inhaltsverzeichnis hat in Word, ein Inhaltsverzeichnis oben eingefügt oder wo auch immer eingefügt, und möchte das aktualisieren lassen, dann gibt es zwei Optionen zur Auswahl, nämlich nur die Seitenzahlen zu aktualisieren und das ganze Verzeichnis zu aktualisieren. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass das ganze Verzeichnis zu aktualisieren bei einem längeren Dokument durchaus auch ein bisschen komplexer sein kann. Es muss ja das ganze Dokument abgepasst werden und dann überall die Seitenzahl entsprechend bestimmt und so weiter und so fort. Und es kann ja sogar noch dazu kommen, gerade wenn ein Inhaltsverzeichnis am Anfang steht, dass sich durch das Inhaltsverzeichnis selber das wieder ändert und dann hat man so eine Rückkopplung da drin. Es kann also ein etwas komplexerer Vorgang sein. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich heute noch wirklich relevant ist. Heutige Systeme sollten eigentlich immer schnell genug sein, das hinzubekommen. Aber diese Anzeige ist, diese Auswahl ist immer noch da, warum auch immer. Aber gucken wir uns mal an, wie sie ist. Wir brauchen ja nicht zu hinterfragen, ob sie sinnvoll ist, sondern wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass das sinnvoll ist. Was habe ich hier? Ich habe oben eine Auswahl, zwei Optionen und unten muss ich mich entscheiden zwischen OK und Abbrechen. 100 Euro in die Kasse für generische Knöpfe, OK und Abbrechen. Aber ihr merkt auch schon, ich kann auf den OK-Knopf irgendwie gar nicht viel Sinnvolleres draufschreiben als OK. Ich könnte höchstens sagen, mach es oder wirklich oder sowas und bei Abbrechen, ach nö, doch nicht. Das ist genau wieder diese Auswahl. Das heißt, ich wähle mit dem OK-Knopf oder mit dem Abbrechen-Knopf nur aus, ob die Auswahl oben überhaupt relevant ist. Und auch hier kann man das einfach vermeiden. Man könnte das einfach weglassen und könnte die drei Optionen, die es hier gibt, einfach direkt darstellen. Und ich habe mir hier mal es erlaubt, noch einen etwas komplexeren Text hinzuschreiben, der beschreibt, was eigentlich das Problem ist. Also warum eigentlich das Inhaltsverzeichnis überhaupt aktualisiert werden muss. Naja, und dann machen wir drei Knöpfe und auf die drei Knöpfe schreiben wir einfach drauf, was passiert oder welche Auswahlmöglichkeiten man hat. Cancel wäre jetzt hier also gar nicht aktualisieren, hätte man auch drauf schreiben können. Nur die Seitenzahlen aktualisieren oder die ganze Tabelle aktualisieren. Es ist genau das gleiche Beispiel in einer nicht ganz unbedeutenden Software. Eine andere Software, die vielleicht viele von euch sogar nutzen, ist die Software VirtualBox, also eine virtuelle Maschine, eine Umgebung für virtuelle Maschinen, wo man dann zum Beispiel auf einem Mac ein Windows laufen lassen kann oder auf einem Unix ein Windows oder wie auch immer erwarten, was eine virtuelle Maschine ist, wisst ihr sicher selber. Und da gibt es auch ein entsprechendes Machwerk, wenn ich das mal so sagen möchte, das zu sehen ist, wenn man in einem Fenster laufende virtuelle Maschine schließt, dann wird man nämlich gefragt, was man eigentlich machen möchte. Es gibt dann ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte ja einfach diese virtuelle Maschine auch virtuell einfach ausschalten, hart ausschalten. Man könnte diese virtuelle Maschine herunterfahren lassen oder man speichert einen Schnappschuss des Speichers ab der virtuellen Maschine und dann kann man die virtuelle Maschine genauso wieder starten, wie man sie verlassen hat. Das ist natürlich sehr praktisch bei virtuellen Maschinen. Und dann kriegt das diese drei Sachen angeboten hier auf diese Art und Weise, wie das hier zu sehen ist. Da steht oben erstmal, you want to. You want to ist ja nun wirklich absolut sinnfrei. Das könnte man sich auch gänzlich einfach sparen können. Oder man hätte zumindest mal einen Hinweis machen können, was die Auswahl ist, also was man machen soll. Also bitte wählen Sie oder sowas. Aber nicht you want to. So, dann haben wir drei Punkte zur Auswahl und unten haben wir wieder die Bestätigungsauswahl. Okay und cancel. Genau das gleiche wieder. Und wenn ihr mal schaut, dann werden euch solche Beispiele durchaus öfter unterkommen. Und auch hier kann man einfach umbauen. Man könnte einfach das so umbauen, wie es auf der rechten Seite zu sehen ist. Da ist zu sehen, your virtual machine is still running. You have the following options. Da ist erstmal eine Einführung darin, was überhaupt das Problem ist. Da sprechen wir bei Rückmeldung nochmal drüber. Auf der linken Seite ist nämlich gar nicht klar, warum das überhaupt erscheint. Also kein Feedback, werden wir das später nennen. Naja und dann habe ich mehrere Möglichkeiten und da steht dann drin, save machine state, send shutdown signal, power of machine und return to virtual machine. Das ist also quasi unten der Cancel-Fall. Also ich möchte gar nichts davon machen. Na, also warum denn nicht auf diese Art und Weise, sondern stattdessen auf diese komplizierte Art und Weise mit dieser Auswahl, die man dann nochmal zusätzlich bestätigen müsste. Es ergibt keinen Sinn ergonomisch. Es ist einfach eingabetechnisch, eingabeminimalitätstechnisch ein Schritt zu viel und auch mental komplizierter. Also nicht notwendig. Wir machen an dieser Stelle schon mal Schluss mit diesem Bereich der Eingabeminimalität und machen im nächsten Video mit weiteren Techniken zur Eingabeminimalität weiter.